Ich lerne Deutsch. Der süße Brei Kurzfassung in einfacher Sprache In einem kleinen Dorf leben ein armes Mädchen und ihre Mutter. Sie haben kaum genug zu essen und leiden oft Hunger. Eines Tages geht das Mädchen in den Wald, um Holz zu sammeln. Dort trifft es eine alte Frau, die ihm einen kleinen Topf schenkt. Dieser Topf ist etwas ganz Besonderes, erklärt die Alte. Wenn du sagst, Töpfchen koch, kocht er dir süßen Hirsebrei. Und wenn du sagst, Töpfchen steh, hört er wieder auf zu kochen. Das Mädchen bedankt sich und läuft mit dem Topf nach Hause. Es zeigt seiner Mutter den Zaubertopf und sie kochen sich sofort einen leckeren Brei. Endlich haben sie genug zu essen und sind glücklich. Ein paar Tage später geht das Mädchen wieder in den Wald. Die Mutter bleibt allein zu Hause und beschließt, den Brei selbst zu kochen. Sie sagt, Töpfchen koch und der Topf beginnt zu kochen. Aber als der Topf voll ist, vergisst die Mutter die Zauberworte. Der Topf kocht und kocht und der Brei quillt über den Rand. Zuerst läuft der Brei durch die Küche, dann durch das ganze Haus. Schließlich ergießt er sich auf die Straßen und Gassen des Dorfes. Die Menschen rennen in Panik davon, um nicht vom Brei überschwemmt zu werden. Das Mädchen kommt aus dem Wald und sieht das Chaos. Sie eilt zum Topf und ruft. Töpfchen steh! Sofort hört der Topf auf zu kochen und der Brei stoppt. Aber das Unheil ist schon geschehen. Das Dorf ist bis zu den Dachgiebeln mit süßem Brei bedeckt. Mühsam müssen die Menschen den Brei wegschaufeln und wegtragen. Es dauert viele Tage, bis das Dorf wieder normal aussieht. Diese Geschichte lehrt uns, dass man mit Magie vorsichtig sein muss. Sonst kann es schnell zu unvorhergesehenen Folgen kommen. Trotz des Chaos sind die Dorfbewohner froh, dass das Mädchen den Brei gestoppt hat. Sie feiern das Mädchen als Heldin und die Geschichte vom süßen Brei wird noch lange in Erinnerung bleiben. Danke fürs Zuhören und Mitlesen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Sofort hört der Römer nach einem Lüger nach. Sofort hört der Römer nach. Vielen Dank.